Hallo, hier ist Ronja und wir schauen heute eine weitere Folge animierte Geschichte und zwar Meine Mutter täuschte ein Koma vor, um ein dunkelstes Geheimnis zu erfahren. Wir haben schon ein paar von diesen Koma-Folgen geguckt, aber noch keine Mutter, die ein Koma vortäuscht. By the way, falls ihr es noch nicht gemacht habt, über 70% von euch haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Also, wenn ihr gerade die Zeit habt, ja, dann geht doch kurz runter und drückt auf den Knopf und dann seid ihr da und verpasst keine neuen Videos mehr. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, ich habe einen neuen Merch. Guckt gerne auf dem ersten Link in der Beschreibung vorbei und dann, let's go! Hallo, ich bin Emma und ich möchte immer die beste Balletttesterin der Welt werden. Aber meine verrückten Eltern haben es mir wirklich schwer gemacht. Früher haben wir viel zusammen unternommen, aber jetzt kommen sie nicht einmal mehr zu meinen Auftritten. Und Mom arbeitet normalerweise bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag hatte ich einen wirklich großen Auftritt. Ich stand wie der Star auf der Show. Die größte Show! Aber sie war nicht da. Aber ich konnte sie nirgends sehen. No! Ja, keine Überraschung. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie gut ich geworden bin. Mom hatte die Mutter meines Freundes gebeten, mich nach Hause zu bringen. Ich ging ins leere Haus und fand einen Zettel auf dem Tisch. Es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, Schatz. Ich hatte ein sehr wichtiges Meeting. Ich bin sicher, du warst fantastisch. Danke für die Unterstützung, Mom. Am nächsten Tag in der Schule kam die Lehrerin zu mir und sagte, ich soll zum Direktor. Ja. Zu meinem Entsetzen sagte der Direktor, dass meine Mutter im Koma liegt. Was? Heute Morgen ging es ihr noch völlig gut. Was? Wie hat sich mein Leben innerhalb von ein paar Stunden so sehr verändert? Überleg mal, wie traurig du bist, dass du einfach so undankbar warst. Ich meine, deine Mom hat gearbeitet. Tag ein, Tag aus kann. Ich bin mir sicher, sie hat nicht freiwillig deine Auftritte verpasst. Sie ist bestimmt auch traurig drüber. Und jetzt liegt sie im Koma. How? Fiona, die Freundin meiner Mutter, sagte, sie zeige keine Anzeichen einer Besserung. Und alles, was wir tun könnten, sei, sie nach Hause zu bringen und für ein Wunder zu beten. Sie würde täglich zur Kontrolle vorbeikommen. Aber was ist passiert? Du fällst doch nicht einfach so in den Koma. Er sagte mir, ich soll mich einfach auf die Schule konzentrieren. Aber auch dort lief es nicht gerade gut. Miley, das beliebteste Mädchen der Klasse, schien mich zu hassen. Miley. Sie machte immer Kommentare. Wer sieht heutzutage überhaupt noch Ballett an? Meine Oma. Oder sowas wie, oh, warum trägst du heute so ein albernes Tutu? Es passt zu deiner lahmen Persönlichkeit. Oh, meine Güte. Ich wusste gar nicht, wie meine Familie zusammen sein hätte. Yo, Miley. Straight up savage. What? Ich gehe zum Spiel, um mich von allem abzulenken. Und zu meinem Glück war der einzige Platz frei, neben Brian. Dieser Platz ist besetzt. Er ist für mein Popcorn. Sei nicht albern, Babe. Er gehört ganz dir, Emma. Ich versuchte mich auf das Spiel zu konzentrieren und zu ignorieren, wie Miley ihn anbaggerte. Aber dann sah ich plötzlich die Gesichter auf der großen Leinwand. Es waren ich und Brian. Kuss, Kuss, Kuss. Brian drehte sich zu mir und sah etwas unsicher aus. Aber ich ließ mir diesen Moment nicht entgehen. Sie hat ihren Lippenstift ready und war bereit. Ich zog ihn an mich heran und gab ihn einen langen Kuss. How? How? Who does that? Wer würde das jemals machen? Ich meine, jeder weiß, dass er mit dieser Miley zusammen ist. Wer würde denn dafür gehen? Die Menge jubelte und klatschte. Und als wir uns trennten, sah ich Miley ins Gesicht. Oh, Mann. Sie trat näher an mich heran und schüttelte mir die ganze Limo ins Gesicht. Understandable. Understandable. Würde ich auch machen, wenn irgendjemand meinen Freund küssen würde. Einfach ohne Grund. Als ich nach Hause kam, ging Dad in mein Zimmer und ich sah einen Koffer hinter ihm. Ernsthaft? Du bist weg und schaust die Spiele an, während deine Mom dahin vegetiert und ich muss mich um all das kümmern? Ich wollte gerade leugnen, aber mir fiel auf, dass ich immer noch diese blöde Baseballkappe trug. Lass mich in Ruhe, Dad. Hör zu. Ich muss dir was sagen. Ich habe vor ein paar Jahren diese Frau kennengelernt. Ich bin in sie verliebt, M. Ach so, das sagt der Vater jetzt. Ich habe irgendwie die Transition nicht mitgekriegt. Okay, er hat eine neue Frau kennengelernt. Also muss ich gehen. Wie bitte? Und du kannst ohne mich leben? Und Mama? Wie kannst du uns überhaupt verlassen? Es tut mir leid. Wie jetzt? Er lässt die Tochter zurück? Er lässt die Tochter zurück mit der Mutter, die im Koma liegt? What? Wieso nimmt er nicht die Tochter mit? Ein Mädchen, dessen Mama nach 15 Jahren aus dem Koma erwachte, sah ich plötzlich, dass Moms Hand sich bewegte. Mama? Mama? Sie fragte mich, was passiert sei und wo Papa ist. Ich log schnell, dass er zur Arbeit weg musste und rief Fiona an. What? Aber wer lässt? Das ist so, so dreist. Du weißt, selbst wenn du eine neue Freundin hast, du nimmst doch deine Tochter mit. Du lässt doch nicht deine minderjährige Tochter einfach alleine zurück und bist so jung. I'm out of here. Das ist eine wundersame Genesung. Als ich in mein Zimmer ging, fragte ich mich, wie ich Mom wohl die Wahrheit beibringen sollte. Sweetie, wie lange hat Dad gesagt, dass er weg sein würde? Die meisten seiner Sachen sind weg. Als ich in ihr Zimmer ging, konnte ich sehen, wie Mom den leeren Schrank und die Schubladen durchsuchte. Solltest du nicht im Bett sein, Mom? Mir geht's gut. Wo ist Papa hin, Emma? Sie setzte sich wie in Trance auf das Bett, während ich ihr erzählte, was passiert war. Schließlich sprach sie, raus hier. Sie knallte die Tür zu und ich kam. Was kann denn Emma dafür? Kurze Zeit später sah ich, wie sie aus dem Zimmer rannte, die Autoschlüsse schnappte und das Haus verließ. Was ist das für ein komisches Minigame? Es war schon schlimm genug, Mom dabei zuzusehen, wie sie sich jeden Abend auf der Couch in den Schlaf weinte. Aber mein Leben sollte noch schlimmer werden. Am nächsten Tag in der Schule spürte ich, wie die Leute mich sahen und flüsterten. Ich fand bald raus, warum. Es gab überall Poster von mir und Brian, die sich beim Spiel küssten. Aber das war nicht alles. Mädchen, versteckt eure Jungs, versteckt eure Männer. Die hässlich-füßige Ballerina ist hinter ihnen her. Oh mein Gott, sie war weit über die Linie getreten. Damit würde sie nicht durchkommen. Nein, nein, war sie nicht. War sie actually nicht. Ich bin auf der Seite von Miley. Es tut mir leid, das hier sagen zu müssen, aber du küsst nicht einfach die Freunde von anderen Leuten. Das machst du einfach nicht. Ich konnte in diesem Moment nicht einmal hier sein. Ich nahm die Tasche und machte mich auf den Weg nach Hause. Ich musste mich abkühlen und meine Rache planen. Wow, Mom war nicht auf der Couch. Ich fand sie in ihrem Zimmer, wo sie Sachen packte. Die Mutter haut auch ab. Alle lassen die Tochter zurück. Alter Mann ist so. Yo, deine Mom liegt im Koma. Tschüss. Die Mutter ist so. Oh ja, dein Dad ist weg? Also dich mag ich jetzt eh nicht. Ich war jetzt eigentlich nur sein deswegen hier. Ja, dann bin ich jetzt auch mal. Geh und pack deine Sachen. Wir verlassen die Stadt. Ich kann es in dem Haus nicht mehr aushalten. Okay, okay, es tut mir leid. Ich habe vorschnell geurteilt, es ist eine gesunde Reaktion der Mutter. Ich würde auch nicht in dem Haus bleiben wollen, wo der Dad einfach, ne? Ich habe meine Firma um eine Versetzung gebeten und sie haben zugestimmt. Wehe, du erzählst deinem Vater was. Ich will ihn bis zu meinem Todestag nicht mehr sehen. An der Standable. Mein Eltern war es egal, wie wir entscheiden, mein Leben beeinflussten. Es war so einfach, für Dad mich zu verlassen. Und für Mom war es so einfach, mich von zu Hause wegzunehmen. Von der Schule, von meinen Freunden, vom Ballett und allem. Eines Tages rief mich Mama und gab mir einen Brief. Ich habe dich zum Ballettunterricht angemeldet, noch bevor wir hergezogen sind. Hier gibt es eine tolle Tanzschuhe. Die Mutter ist voll lieb. Ich will, dass du deinen Traum aufgibst, Em. Ich lach in Tränen aus und umarmte sie. Als ich meine Ballettschuhe zuband, fühlte ich mein Herz vor Freude rasen. Das war ein glücklicher Ort. Ein Ausschnitt aus dem berühmten Schwansee aufzuführen, damit sie mein Können beurteilen kann. Ich kannte das Stück gut. Als die Musik begann, wurde ich in eine andere Welt versetzt. Als ich aufhörte zu tanzen, sah ich, dass die Münder allerweit offen standen. Die Lehrerin stand unter Schock und klatschte. Sie sagte, ich sei erstaunlich und es wäre ihr eine Ehre, mich zu unterrichten. Plötzlich fiel ich flach auf mein Gesicht. Ich schaute auf und sah, wie ein Mädchen, das sich als Angela vorgestellt hatte, auf mich herunterlächelte und mir die Hand reichte. Dann flüsterte sie mir ins Ohr, ich bin die Beste hier. Denk nicht mal dran, mir etwas zu tun. Ich war schockiert. Diese Mädchen hat mir ein Bein gestellt. Der Duart 80. Ich habe gedacht, sie findet Freunde, aber sie findet einfach nur Feinde wieder. Ich hatte mich in Josh und seine Grüfchen verknallt. Was ist Josh? Fast gleich, nachdem wir hergezogen waren. Und er war neulich auf mich zugekommen und hatte mich gefragt, ob ich mit ihm ins Kino gehe. Gerade als ich mich beim letzten Mal im Spiegel betrachtete, hörte ich unten die Tür aufgehen und Mom mit Josh reden. Sorry, falsches Haus, meine Tochter darf sich nicht mit Jungs treffen. Was? Bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte, hatte sie die Tür vor der Nase zu beklagen. Das ist News. Nein. Nein. Mom, bist du verrückt? Bist du blöd? Weißt du nicht, dass alle Jungs Idioten sind, die dich abservieren, sobald sie ein anderes hübsches Ding vorbeilaufen sehen? Sie tauchte bei meinem letzten Date auf und erzählte meinem Freund, dass ich nur sein Geld will. Hä? Was ist denn mit ihrer Mom los? Die Mutter ist überzeugt davon. Die Mutter ist so, okay, ich hab ein Ziel und ein Ziel only. Meine Tochter ist ab jetzt lesbisch. Sie wird es zwar nicht, sie ist es auch nicht, aber ich tu trotzdem so. Haha. Ich hatte die einzige Möglichkeit, ein Tanzstipendium zu bekommen und mein Ticket hier raus. Als ich meine Schuhe schnürte und aufstand, um zu gehen, stellte ich fest, dass die Tür verschlossen war. Oh mein Gott, die Richter warten doch. Ich schrie und hämmerte gegen die Tür wie eine Verrückte und zum Glück hörte mich der Hausmeister und ließ mich raus. Ich rannte zur Bühne und diese Gesichter sahen nicht glücklich aus, dass ich sie warten ließ. Mein Herz kloppte wie wild, aber als die Musik anfing, wurde ich ruhiger. Ich konnte das schaffen. Ich habe mein Herz und meine Seele da reingesteckt. Ich machte den perfekten Sprung und dann plötzlich die Musik verstummte. Ich sah mich entsetzt um. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich sah Angela im Hintergrund des Theaters. Wusste ich. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir alle kennen das Stück. Können sie nicht einfach ohne Musik weitermachen? Hä? Warum sagt denn keiner zu den Mädeln, yo, what the hell, what are you doing? Machen wir die Musik wieder an? Und my liebs Posters und Angelas Grinsen. Ich hatte lange zu hart gearbeitet, um mich jetzt von irgendwas aufhalten zu lassen. Ich atmete aus und nickte. Ich kann es schaffen. Als ich fertig war, bedeckte ich mein Gesicht mit meinen Händen. Plötzlich hörte ich klatschen und sah alle vier Richter aufstehen und mich anlächeln. Habe ich getrollt? Okay, der Vierte ist einfach gespawnt. Der kam aus dem Nichts. Da waren drei und jetzt war so... Der Vierte hat auch geklatscht. Der war dabei. Let's go! Es war so schön. Mama so glücklich und endlich stolz auf mich zu sehen. Guck mal, alle sind glücklich. Stace und ich waren an einem Sommermorgen mit dem Fahrrad unterwegs, als sein Auto direkt auf uns zugerast kam. Was? Wir wichen aus, aber das Fahrrad fiel auf mich. No! Au, Stace, mein Knöchel tut echt weh. Nein! Sie wirrt ein Auto an und wir fuhren per Anhalter ins Krankenhaus. Mein Knöchel schwoll an und ich drehte durch. In dem Moment kam ein Arzt. Also, was haben wir denn hier? Ich schaute auf, ob er sofort meine Worte war, der Arzt so gut aussah. Ach so, nee, schade. Also, ich bin gestürzt. Ich meine gefallen und das Fahrrad auf mich drauf. Und das ist passiert mit meinem Knöchel. Genau so. Er lächelte und untersuchte meinen Knöchel. Und er suchte den Fuhlten. Hammer raus. Jetzt ist er weh. Es sieht nach einer ziemlich schlimmen Verstauchung aus. Sie müssen in einer Woche nochmal zu mir kommen. Warum sind Ihre Zähne geprellt? Ich bin Balletttänzerin. Er sah wirklich fasziniert aus. Er sagte, dass er Ballett absolut liebt. Oh, Sie und der Doktor? Sie und der Doktor? Offensichtlich war Mama großartig darin, alle Anzeichen von Glück zu zerstören. Sie rastete aus, als ich zu Hause war und ihr mein Knöchel zeigte. Der Arzt hat gesagt, es wird alles wieder gut, Mom. Ja, es ist auch nur ein verstauchter Knöchel. Ich hatte sich um ein Date gebeten und ich war überglücklich. Warte, der Arzt hat sich um ein Date gebeten? Ich bin in einem gefährlichen Tempo in ihnen. Was? Aber ist der Arzt nicht ein gutes Stück älter als sie auch? Weil sie geht in die Schule und der Arzt arbeitet und ist erwachsen? Und sie sagte mir, dass meine Mutter wieder im Koma liegt. Schon wieder? Nein, nein, nein. Das kann nicht schon wieder passieren. Wer ist James? Ist James der Arzt? Was ist mit dem Grübchen-Typ passiert? Achso, den mögen wir nicht. Was? Ich wusste, dass etwas nicht stimmt und ich musste es herausfinden. Ich hatte recht. Du Idiot hat meine Tochter geschwängert. Was? Nein, nein, warte. Du kannst... Du kannst doch nicht einfach Komas vortäuschen, links und rechts und sagen, yo! Koba! Nein, du kommst wieder her. Aber bevor Mama überhaupt aufstehen konnte, war James... Die Mutter ist ein Biest. Die Mutter ist eine Bestie. Es war ihr völlig egal, was sie mir und Dad angetan hatte. Und sie tat es trotzdem. Oh mein, ich meine beim Vater, ich sehe den Punkt, wenn der Vater einfach ein mieser, fieser Cheater ist, über Jahre. Weil der hat ja gesagt, er ist über Jahre schon mit der anderen. Okay, ja, verstehe, warum der Matt ist. Aber warum denn mit der Tochter? Also... War das Letzte, was ich tun wollte, mich mit Mom auseinanderzusetzen. Also, was hat der Arzt jetzt verschrieben? Er sagt, er ist zu jung und muss an seine Karriere denken. Er kann keine Verantwortung für ein Kind übernehmen. Er hat mit mir Schluss gemacht. Mom stand auf. Seine Karriere? Seine Karriere? Und was ist mit deiner? Hm? Was ist mit deinem Ballett? Ich hab dich gewarnt. Du kannst auch das Kind abtreiben. Es ist jetzt nicht so ein... Ausgangsweise, Mom. Also, das geht. Oder du... Du kannst es auch, wenn du es nicht abtreiben willst, kannst es auch nehmen und zur Adoption freigeben oder irgend sowas. Dann hast du kein Problem mit deiner eigenen Karriere. You know? Es herrschte eine fassungslose Stille. Interessiert es dich überhaupt, wie ich mich fühle? Oder geht es dir nur darum, Recht zu haben? Glückwunsch, Mom. Du hast Recht. Alle Männer sind böse. Und jetzt habe ich Liebeskummer und bekomme ganz allein ein Baby. Und ich werde nie wieder Ballett tanzen. Plötzlich spürt ich, wie Mama mich in einem Arm tut. Das musst du nicht. Nein, du gehst auf diese Schule. Wir werden deine Aufnahmen um ein Jahr verschieben. Guck mal. Aber was ist mit dem Baby? Ich werde das Baby großziehen, wenn du weg bist. Du gibst doch nicht auf nach all den Jahren harter Arbeit. Du wirst mich und dein Kind wirklich stolz machen. Guck mal. Neun Monate später bekam ich ein wunderschönes kleines Mädchen, Ella. Ich konnte nicht fassen, wie perfekt sie war. Das ist cute. Ich meinte, während ich hunderte von Meilen entfernt in meinem Wohnheim saß. Das war schwieriger, als ich es mir je vorgestellt hatte. Würde sie mich hassen, weil ich sie verließ? Nein, die Mom passt doch drauf auf. Ich wollte, dass meine Tochter eines Tages wusste, dass ich mein Bestes gegeben hatte, um alles zu sein, was ich sein konnte. Verständlich. Halt zum Beinbruch, Babe. Kevin Kürtel. Wer ist das denn? Wer ist Kevin? Warum hat sie immer aus so einem Off irgendeinen Dude, der kommt so, Halt zum Beinbruch, Babe. Und du bist nur so, entschuldigen Sie, aber wer sind sie? Wir haben uns vor einem Jahr am Set einer Ballettaufführung kennengelernt. Er hatte mich vor kurzem gefragt, ob ich ihn heiraten wollte. Und natürlich habe ich Ja gesagt. Er war mein bester Freund. Ich konnte es kaum erwarten, ihren Mama und Ella vorzustellen. Ein paar Monate später... Crazy. Ah, das geht jetzt Ella. ...und wir besprachen, unsere Pläne nach New York zu ziehen. Kommst du mit uns, Mom? Ich bin hier glücklich, Schatz. Die Mutter ist so enthusiastisch. Am Anfang war die Mutter nur so richtig zynisch. Aber so, dein Vater betrügt mich. Ich habe zweimal in Koma vorgetäuscht. Du belügst mich auch. Männer sind der Feind. Und jetzt ist so, ich bin glücklich hier. Das ist an der Tür. Ich erstarrte. James, was zum Teufel machst du hier? Ah, das ist der Arzt. Emma, ich habe dich so sehr vermisst. Was ist hier los? Die sehen auch einfach gleich aus. Die Dudes sehen einfach gleich aus. Ella, ist das mein kleines Mädchen? Ich war wütend. Wie konnte er es wagen? Hör zu, Emma. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich verspreche, dass ich es wieder gut machen werde. Und wir können eine Familie sein. Verschwinde aus meinem Haus und meinem Leben, James. Understandable. Gute Reaktion. Und ich werde dich nie ein Teil von Ellas Leben sein lassen. Du hast mich nicht verdient. Und du verdienst sie ganz sicher auch nicht. Gute Reaktion. Er sah wütend aus, aber drehte sich um und ging. Ich zog mit meiner Familie nach New York und erlangte schnell Ruhm. Der Präsident höchstpersönlich kam zur Eröffnung meiner letzten Schuhe. Ich erlangte schnell Ruhm. Der Präsident kam zu meinen Vorstellungen. Ich war flessenslos, als er sagte, er würde sich geehrt führen, wenn ich das Land bei den Olympischen Spielen vertreten würde. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich weise jetzt durch die ganze Welt, dank meines erstaunlichen Ehemanns und meiner Mutter, die mich all die Jahre unterstützt haben. Okay. Und Ella konnte nicht stolzer auf ihre Mutter sein. Ich kann es kaum behalten, die erstaunliche Person zu sehen, zu der sie heranwächst. Und die Dinge, die sie tut, werde ich immer unterstützen. Wirres Ende, irgendwie, mit dem Plottwist, mit dem neuen Dude. Aber ich schätze, es sind die Geschichten mittlerweile. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und schaut bei Merch vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.